ich bin gerade mal richtig auf trocken weil wir uns kurz in einer strahl jetzt aber es wieder ganz ich sehe euch eure namen sehe ich schon meine auch im er kommt ein skorpion entgegen ja 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 ich sehe dich auch schon die bieder nach hier kommt die angehörte entgegen ich habe kein fernglas hier ist ja gerade einen bogen gefunden den bogen wenn ich jetzt nutzen jahr nur noch ein blick es muss jetzt um achten die festgepackt naja jetzt durch sich über mir er hat es nicht so weiter weg da sind es nicht von hier zwei schlangen da in den berg und versuchen ob ich mal ich lasse ihn erst mal noch durch macht es ist hinter dem berg vor euch sind glaube ich auch zwei oder er sind zwei ich merke gerade sie hat ja durch rollblack auch noch dieses modus so greift der rollblack nicht an sie war gar nicht was sind der jetzt für eine einstellung die müsste alle gleich eingestellt sein das stimmt ja steht doch da habe ich noch da ist noch eine schlange dritter hinter die war nicht gut gelaufen sie ich kaum die ist da irgendwie ganz schön hinter dem berg ist dann die wand halb reingepackt so angeschossen jetzt wird sie sich wieder schnappen oder wird irgendwie auch nicht das ist so ich bin voll auf drogen gesetzt hier wo bist du eigentlich seht ich nicht über uns nehmt eure fügel mal kurz auf den dings oder oder brauchte pupsi jetzt noch voll dann würde ich nicht mal versuchen zu rufen wir kommen jetzt einfach zu dir hoch also ich würde jetzt ganz ehrlich sagen das ist ja wo es lang geht, ja? ja ja ok haha der kleine Dex ah das sind noch Ledermäude ja oh gar nicht mal wenig ja ne irgendwie entweder na ne da könnte er noch nicht sein also der Punkt wo ich gestorben bin Aua 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 ich sterbe ich sterbe ich sterbe oh was ist denn schon angegriffen ich sterbe oh was ist denn schon angegriffen Mann oh da kommt noch einer Aua 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 das war klar habe ich ja überhaupt an deinem Ohr rap vorbeigeschossen Aua warte warte lass mich mal kurz vor oh ich bin da out of arm ich gehe nach oben keine Waffe keine Munition mehr shit 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 ooo was ist denn ich nicht zurück warum hänge ich mich hier fest in ich bin vögeln warte ich will gerade schießen warte mal da stehen das ist besser wir hätten ja eigentlich auch mal das machen soll ich bin auch gerade schon am aber also ich sehe genau vor mir im raum so 34 ledermäuse in dem engen gang und die ob man glaube ich immer noch über meine leiche also oder jetzt an dem platz wo ich gestorben bin und das ist noch so viele viele mäuse leute meine fresse jetzt müssen wir alles schickt die mal mit dem target los wir müssen wirklich zurück jetzt vogel steht auch nicht direkt vor mir schluchte ich will nicht weil ich immer nur die flügel sehen dann ändert ihn nicht nur hier rauszukommen ist voll erst unterfangen jetzt sind wir sozusagen der ganz die ganze schwimmerei war eigentlich irgendwie mit dem vögel ok sauber mit dem vögel kommen wir irgendwie gar nicht dahin aber das ist der meuse ich habe ihn gerade weg gesehen das ist noch eine das nur eine für eine fliege maus ist nur um die ecke hier und da müssen wir aufpassen weil die sind so stark das ist noch ein skorpion ja das genau das ist der skorpion und da bin ich gestorben wo jetzt die schlange haben scheinbar schon getötet eine fliege maus ist noch am ende des ganzes auf jeden fall ich hoffe mal nicht dass jetzt auf mich zukommen die ist noch eine fliege maus die kommt auf dich zu oder ja die sieht nur so aus nennen jetzt das war glaube ich oder ja ich glaube schon aber bleibt bleibt erst mal da stehen nicht dass du jetzt irgendwie noch plötzlich dann doch noch irgendein ne 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 ich stehe euch ja schon wieder raus da wo ihr jetzt eben gerade wart wenn ich vorhin gestorben also ich einfach mal durchgerannt bin war mir denn hier gewesen ja von hier ja na hier ist diese enge fahrt den ich vorhin meinte was dann mal fix fünf fliedermäuse drauf saßen so krass alles was mir geblieben ist das ist doch wenigstens muss ich sagen dann lieber die blöden sachen wegschmeißen die man kraften kann anstatt zu verlieren ach mann wir können mal mit dem adler unterfliegen jetzt ist mir halt ich kann hier ein bisschen hose geben wenn du möchtest damit man einen dicken langen das stand ich sieht hier aus meiner projekte hose dies folie hängt hier an der wand habe ich gesagt ich habe sie getroppt aber ich glaube das siehst du nicht nur weg verschwunden wer liegt sie hier offen unter mir wixi für dich meine stichen naja also ja irgendwie hat mein vogel schon wieder dem graf gefolgt wie die hose brauchst das ist nicht besonders aber hose ich bin am verdursten er ist jetzt voll heiß auf einmal woher komme ich dir auf die tue los hier hat frisst du dich hier voll oder was ich habe das eingangs folie ist schon mega groß hier ne bin ich froh wieder hier raus zu kommen auch egal ob links oder rechts alle wege führten hier geht es irgendwo runter das muss so sein weiß ich nicht ich weiß nicht mehr und dann nicht hoch gehen dass wir gerade her da sind wir hergekommen am kreis gelaufen um um da hinten sind nachher aus hier man wir sind so gut vorbereitet gewesen doch wir nicht gut vorbereitet man wer hat da die drei mädchen und ich oh 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 man so was noch mal versuchen nicht mehr so da rein zu fliegen und die das ding zu holen kann man noch versuchen also laut wiki soll es auch gehen hier lang ne oh mein fresse wir dürfen jetzt nur nicht absteigen wieso nicht nur so achso ja dann nicht ich finde das total negatorisch lustig wäre natürlich jetzt wenn das wirklich die lösung ist freundlich die schnellere lösung ganz sicher freundlich die schnellere lösung ganz sicher noch dabei wixi ja ok wird mir ziemlich schnell ziemlich kalt was hier runter ja ne warum haben wir das nicht sofort gemacht ähm ne davon davon dort kommen wir nicht weil da sind jetzt wieder gegner hm freezing kommen wir wirklich von hier müssen echt aufpassen auf die auf die fliedermäuse diesen echt stark da müssen wir echt aufpassen ja aber dann müssen wir eigentlich theoretisch hier oben pixel griffen auch scheiße was hast du da schlange jetzt weil hier haben wir es arbeiten im organischen teilnehmen bei fliegen lassen also weil die würden uns natürlich gegen die falls wirklich fliedermäuse kommen beteiligen aber die frage ist ob sie jetzt hier auch wieder irgendwie backen oder was er folgt mir übrigens nur okay es sind ganz viele fliedermäuse dahinten bei dem organischen zeugs ganz viele echt aufpassen hier nicht dass wir irgendwas um unnötiges pull weil wir hier waren wir nicht gewesen hier drin auch unten im wasser war mir nicht also also so eine riesen hülle da hätten wir uns doch jetzt einer von unten sieht es gar nicht so also wie das ja gar nicht so riesig aus dann ich komme ganz kurz auf und auch ein schwimmen überfliegen kann da müsstest du ganz ganz flach fliegen und ich bin noch keine flachweife alter haben das gelettet das sind hier skeletten was habt ihr das gesehen wo seid ihr jetzt lang das sind skelette alter auf jeden fall dass ich sowas auch gar nicht das ist was ich meinte auch gar nicht also das sind skelette muss man von beiden sind aber was soll das sein einer engen hier weiß ich nicht ein großer dino der kopf raus und das andere naja so ok wie schon hier jetzt wo lang zurück hier das problem ist wir hatten ja gerade eben achte um den perfekten weg gefunden aber ich weiß es gerade nicht wo es ist wir konnten darüber fliege rüber springen aber fliegen zum artefakt nur wo ist das gewesen dass es haben wir nicht von hinten links gekommen greif oder bis der meister richtig ich bin mir echt nicht so sicher nach dabei greif wixi ja aber pupsi ist glaube ich so voll der ist voll voll langsam der kommt kaum hinterher da kommen sie schon wir müssen aufpassen wir sind ziemlich nah an den wir müssen dahin wir müssen zu denen ja dann war ein was soll es die papageis werden und schon wir haben uns kurz ich muss mein papagei auch mal abwerfen ich muss man sich zurück einfach x ja geht das so x ja x das ist ja cool da hinten ist es ja hat es aber schlagen oder da kommen wir da vorbei ist es lecker hat so ein bisschen laut meinem lecker chromometer lecker frisch kommen wir nicht rein doch aber ich will so dass die krallen halt sich ein bisschen ja so viel auch hoffentlich geht das gut irgendwie kommt hier nicht rein schlange schlange und schlange und schlange ich weiß nicht ich sehe gar nichts mehr hier der lauter geflügel hier ich glaube sie aus den hühnersuppe hier dann müssen wir ein stück weiter reingehen damit das immer wieder bauen kann weiß ich gar nicht meinst du erlaubt ist auch direkt vor allem sogar und wir auswählen nö na ja alles gut aber das gleiche in den vogelwein packen man hat es ja will jetzt werden wir gerne interessieren wie man da bitte hinkommt oder sind ohne ich gehe da nicht weiter dass noch mehr fläden müssen wirklich immer anders ich weiß nicht wie du gerade gepult hast aber es ist nur poli der hinter dir her fliegt schock war einfach hier draußen ihr macht das schon ihr macht das toll ich habe ab wo ist das ding also nicht dass man hier direkt drauf steht wo ist das ding gespawnt hier nicht dass ich hier direkt aufstehe direkt hier wo ich gerade fliege ich stehe einfach raus und warte dann mal jetzt ist wieder ich will stamina 825 bei mir wenn sie wieder stamina beiden fast nicht aber auch 1200 ist dann heißt es wo man wieder ein bisschen sammeln für ein schrotgewerber man ja gut sonst hat man ja auch nichts zu tun ich glaube raus wie kommt das schneller oder glaube ich nicht dass wir rausgeflogen sind und zack war es da oder ich war gerade beim rausfliegen war aber noch gar nicht draußen versuche hui hui überlegt man wie einfach dass also theoretisch einfach das jetzt ähm ne ähm der ist es ja naja ich so dieses mühlen eingang ane sag hat so aus das schaffen beide mit aus es wird hier weitergehen weg von mir war doch nicht also um eine schlange die gar zischelt da ist es ja ist es gerade ja ich habe jetzt schon zwei dann übrigens ok wir haben dann können ja theoretisch sechs stück mit richtig drei neun stück wieso neun aber was so wie die adler ja auch noch dabei ja das ist ja aber ich hätte mal wenn wir sechs mitbringen reicht war oder ich meine ist jetzt banane also ich will ja für neue langen ausgang gewartet hier nicht noch mal rein also ich verdiene zusätzlich gar nicht mehr so schlecht war weitaus interessanter als die anderen haben da wäre ich nicht gestorben wäre es wenn wir für dich bei der schnee äh höhle wirklich langweilen naja aber die frage ist wahrscheinlich wenn du da falsch gehst kannst du dich wahrscheinlich da auch ziemlich lange beschäftigen ja klar aber trotzdem der hatte fakten hier da ist es ok hier Block 1 sind die stürmen hier immer vorher olli 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 nein u machst du denn na du und jetzt mal mal um machen hier so da oben ist vo und wieder warum das denn ich bin müde geboren immer müde da ist eins ja ich nicht okay oder wer nicht ich habe ein du kannst du nicht nehmen dann hast du wenigstens schon mal 3 3 warte mal da muss ich aber erstmal hier jetzt kann ich das weg mal in die vogel schieben mal gucken wie lange es eigentlich noch geht mit diesem nehmen und in andere tiere stopfen das wenn die bestimmt irgendwann mal patchen und das rausnehmen das war nur 1 pro spieler tragen kann kann man ja auch noch überhaupt und und allein schon mehr oder sie machen so dass die spornzeit sehr lange sein wird bis wieder ein artefakt kommt er ist aber auch scheiße für wenn du da meinetwegen zu 6 in so eine höhle gehst muss er übernachtungen oder was gibt es nur 1 fertig so gesehen genau damit er öfter sind die und rein ging und ericke er wurde zu schnell testig Sollte ich etwa nicht? Doch, doch. Fast schon. Mir fehlt jetzt noch eins und dir fehlen noch andere Decks, oder wie? Mir fehlen noch zwei. So, ich mache auch den Weg frei jetzt hier. Weife Eisenbanken. Oh, scheiße, ich hätte die Vogel mal noch. Oh, ich glaube, mir folgt der ja noch. Hauptsache, der Graf kennt hier wieder die Geheimtricks. Also, das heißt, was drückt man, um den loszuwerden auf dem Vogel? Z. X. X. Z. Tatsächlich, krass. Und wie nimmt man ihn wieder ein, während der Flug ist? Gar nicht. Na toll. Weil du müsstest dafür ja E drücken. Du E-Tricks steigst halt einfach mal ab. Das wäre jetzt ungünstig, ja. Oh, da unten ist ein Krokodil im Wasser, siehst du? Ja, die Spoilers alle wieder. Die Piranhas sehe ich auch schon, nicht. Wut alle ganz, ganz böse drauf. Ah, warte mal, hier ist schon wieder eisig. Ah, hier ist nur kalt. Man bedenke, der Neger ist nackt. Und hier ist auch schon wieder kalt. Ein nackter Neger. Ich bin Schokoman. Ich glaube, ich gehe doch wieder in die Höhle gleich hier. Was denn hier? Bleib stehen, Adler. Liegt doch nicht wieder so weit, bis es kalt ist. Jetzt kannst du doch wieder X drücken. Tack. Und ich kann wieder X drücken. Bleib wieder X drücken. Achso. Ja. Was du bei den RASO zeigt. So, letztes Ding. Ja, ich brauche noch eins. Ja. Ich habe jetzt alle. Und dort stehen sie. So, ich drücke gerade vier für die Fackel, aber habe ich ja auch nicht mehr. Ha, ha. Ich war eigentlich, ich störe gerade eben los mit der Pump-Action. Guck, drück den Schlang ins Maul, drück ab. No, Ammo steht ganz groß und rot oben drüber. Scheiße. Weil er hält im Erdbeer-Feld. Also, wir haben uns eigentlich, ich finde das ja immer noch lustig, wir haben uns eigentlich recht gut vorbereitet und dann kommen wir herein und sind doch eigentlich wieder dann schlecht vorbereitet, weil... Naja, also, wie gesagt, ist die heftigste Höhle. Die ist wirklich stark. Die Haut drin. Das Ding. Was ist sie? Ja. Okay, dann können wir raus. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Akon aus. Äh, warte mal, ihr solltet nicht so schnell fliegen, äh, eure Vögel kommen euch, glaube ich, nicht hinterher. Okay. Ich sehe es auch, weil Black hängt irgendwo fest. Ja, aber weil die, naja, die haben Artefakt drin und sind damit jetzt etwas langsamer. Ah. Was machen Sachen? Vor allen Dingen haben sich alle im gleichen Level. Ne, warte mal, warte mal, warte lieber auf mich. Ich mach das. Rui, 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 Black. Ah, wo ist er denn? Oh. Natürlich jetzt genau wie beim Adler, ey. Warte mal, ich komme, das ist bei euch da übrigens warm? Ne, freezing. Okay. So, warte mal, ich bin, äh, hab meinen noch nicht auf den Dings. Ich muss ihn jetzt schnell... Äh, T-Wissl vollwandern. Ist das hier richtig? Hier hoch? Oder war das rechts lang? Ich glaube hier hoch. So, jetzt hab ich's. War hier so eng. War hier wirklich? Ja, ja. Ah, hier konnte man auch so lang fliegen, okay. Ah, das sind Fledermolse, also rechts. Nächster Ab... Abzweig rechts. Oh. Hier geht's aber nicht mehr weiter, irgendwie. Sicher? Da sind wir noch falsch abgebogen. Jetzt komme ich über zwei Ausgänge. Ich komme nicht mehr weiter. Okay. Ah, das sind die... Das haben wir die Fledermäuse. Nicht, dass wir hier wieder... Das ist nicht der Weg, den wir lang gehen müssen. Da haben wir nämlich... Wie kann ich es auch? Wollern, wie wenn ich das so lange... Wollern, wie lang kommen? Wollern kommen? Ich langs jemals nicht... Abgeworfen? Nee. Oh, ich komme hier gar nichts vorbei an diesem... Ganzen Fehlergewirrwarr. Ich kann ja nicht helfen, erzüglich vorbei. anders geht es nicht, wir müssen hier vorbei also x wieder warte mal also ich ähm ja ich bin am Kälte sterben ja dann äh komm da müssen wir aufpassen da oben sind noch mehr Fledermäuse Achtung da sind noch Fledermäuse hinter dir mein Royal Black macht das gerade Achtung, da kommen die nächsten die nächste heute weiß ich erst gerade nicht wo ihr seid also wo die sind keine Ahnung einfach kannst halt rumschlagen ja so jetzt links ja lalalala 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 eine Wanderung ist lustig ich hab da nur was fliegen sehen gleich angegriffen äh sind wir hier richtig? ja gerne man wird auch schon wieder weitläufiger äh du hast schon wieder deinen Vogel hängt schon wieder am Dingsfest hier äh Grab ah dieser Kacktracksvogel Arschlochmixeruhren so und Penis ja wie ein Keks alles jetzt äh das ist da einer oder einer irgendwie hat jetzt jemand mein Vogel aufgesammelt ach so das was du ich wollte was sagen muss äh Polly ist ein Stück weiter hinten boah trotzdem Arschlochmixerpenner und Penis nix kannst du nix 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 nixe nutze so nutze machen wir ihn ich kann mich an diesen Weg hier nicht erinnern dass wir hier gewesen sind doch da hinten haben wir hier boah ich jetzt raus ach ja ehrlich sag sag toll mitten in der Nacht weg auf Ungarn nehme ich gleich oh endlich raus meine Fresse raus 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 oh da hinten ist der Rodo Overlisk genau du fliegst richtig zuhause zuhause gehen zuhause moment meine gute schüttlichen Rüstung und wie schön bunt sie war mann 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 das war echt ne mega langen Instanz ich hab grad gedacht komm wir machen mal gemütlich Instanz hier gemütlich hallo gemütlich aber vor allen Dingen hieß es doch eigentlich die äh mittelschwer ne eigentlich soll es vielleicht die Schwerde sein ne ja von den ähm Gegnern war der ja nicht so schwer das war ja Level 4 oder 5 oder 11 oder sowas aber wurde und wurde von einer Level 21er Fledermaus getötet ok dann war ne 29er Schlange da aber ich die Unterwassersachen waren heftig weil die die kriegst du irgendwie nicht geschlagen die blöden ganzen Tiere die da waren so jetzt noch Kiganotos suchen oder na klar ähm ich bin auf tschüss kannst du nicht machen du musst noch testen 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 ja genau ich bin aber auch richtig müde gerade das ist echt grad richtig anstrengend gewesen und am Ende haben wir es ganz gemütlich gemacht mit den Adlern und da ist wieder ein Spino ob so ich habe jetzt hier scheinbar kurz vor zu Hause noch mal einen Zwischenstopp gemacht man ist es noch gar nicht ich habe es oder nicht ich habe es einmal durch doch das ist so aus ja ich hätte es auch durch geschafft aber ich möchte jetzt im ersten Moment nicht weil es nur ist aber ich würde gerne diesen Spino hier mal anknabbern ich bringe übrigens das Artefakt jetzt in das Steinhaus genau auf die Etage zack 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 wobei merkt man dass wir zu Hause sind du bist leckt aber es leckt man mir gar nicht wenn ich hier mal ankomme bei mir auch nicht kein einziges mal necken baut sich alles schön langsam auf scheiß Rechner habt ihr ja ja hauptsache der Eierdieb das ist noch voll am Eierklamachen hier das was ich sehe sind Eier auf den Rexen so hat er nicht auf ein Ei gelegt ihr kleinen Schablampen nach die Schalapisch Haller Lampen Lala äh schalalala Lala LalaDingdaum Schala lala 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 oh man bis jetzt wieder alles repariert ist so da hab ich nicht so viele Probleme repariert und geordnet und mir fehlt ja alles, ich glaube ich kann nicht mal eine Armbrust bauen ehrlich gesagt boah die Schmiede ist ja mega voll hier voll 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 meine schöne bunte Rüstung einfach kaputt und 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 so die die ein eine 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 das fehlt irgendwas weil ich nicht mehr reparieren kann ich gehe mal ganz kurz hier unten zum wahrscheinlich fliegt wenn man kann von euch eine Armbrust bauen ja ja was kostet was kostet Quanta 250 von dem und 180 von dem und dann noch von dem das kann ich noch nix kosten ey dahin geschiffen ich brauche eine Armbrust wollte ich sagen bitte mit Lieferung ist einfach teuer man ach so scheiße ich wollte nicht bitte sagen äh Lieferung mach mal Lieferung Ausrufezeichen 100 Pfeile aber cred inn kommen so an ganz dann hat sich das gegessen hier np 2 so die pickmet bleibt weg verraten ich hau ich habe dabei des bis zum Weg tschüss noch wie aus kann ich mich machen doch gut nach der Ruhr